Bevor I knew it, 32 counts, 4 Wände und 7 starts. Der Tanz beginnt mit rechts und wir haben walk, walk, walk. Kick mit links und wieder zurück, also schon zurück, zurück, zurück und dann touch mit rechts. Nachher haben wir einen Break bei nach rechts und nach links, also side, behind, side, touch, side, behind, side, touch. Jetzt haben wir schattelt, wir haben die Arme und Schwung mit, wir haben also step, together, step, touch. Das gleiche jetzt normal, nur mit Vierteldrehung links herum, also step, together, step, touch. Mit rechts haben wir nach, einen Schritt vor, fliegen mit links und die rechte Hand über den Hacken, back, touch mit rechts und nach Abschluss ein Walking Chair mit rechts und dann vom Mittag von vorne an. Das zählt dann mal ruhig. Wir starten also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann haben wir den Restart. Der erste ist einmal in der fünften Runde nach 8 counts Richtung 12 Uhr und der zweite Restart ist einmal in der zehnten Runde nach 24 counts Richtung 9 Uhr. Und dann haben wir den Restart.